Hallo! Ich weiß, wie hart die Zeit für dich ist. Ich möchte dir nur sagen, dass ich in Gedanken bei dir bin. Unser Team versucht alles, um für dich die Zeit so schön wie möglich zu machen. Ich habe in dieser Woche Dehnübungen für dich vorbereitet. Vielleicht weißt du, wie wichtig die sind. Die kommen heute noch online. Hey, ich vermisse dich und das Training echt extremst. Ich hoffe, dir geht es gut, vor allem in dieser echt langweiligen Zeit. Wir versuchen hier echt unser Bestes und Vorderst davon, dir zu helfen, diese Zeit irgendwie gut möglichst zu überstehen. Ich hoffe, dass das Ganze echt bald vorbeigeht und wir uns dann im Training wiedersehen können. Hallo! Wie geht's dir da zu Hause? Ich war am Wochenende auf jeden Fall die ganze Zeit kreativ für dich. Wenn du auch Lust hast auf dieses Wudau-Formen-Puzzle, du kannst alle Materialien dafür auf unserer Homepage runterladen. www.wudau.de in der Sektion Downloads findest du das. Viel Spaß damit. Halte durch und wir sehen uns hoffentlich bald. Bis dann. Ciao! Ja, moin. Hier ist dein Daniel. Ich freue mich sehr, dass du bisher so super bei unseren Videos dabei warst und auch bei der ersten Challenge mitgemacht hast. Wie du vielleicht mitbekommen hast, gibt es jetzt auch schon die zweite Challenge. Ich trete so hoch wie Kung-Fu Panda. Und ich habe auch so ein paar Dinge vorbereitet, wie zum Beispiel das Kung-Fu-Quiz. Es wird noch eine Video-Vorstellung für dich geben. Ja, meine Lieblings-Kung-Fu-Filme und Serien. Und lasst euch einfach überraschen. Ja. Ich vermisse euch auch ganz doll. Ich bin froh, dass du am Start bist und wir sehen uns bald wieder. Ja.